Über andere richten. Ein Teil der Bergpredigt Jesu. Das erzählte Jesus den Menschen in seiner berühmtesten Predigt auf einem Berg. Urteile nicht über andere, dann wirst auch du nicht verurteilt werden. Du wirst mit der gleichen Schärfe beurteilt, mit der du über andere urteilst. Warum willst du jemanden mit dem Holzsplitter aus seinem Auge entfernen, wenn du selbst ein Brett vorm Kopf hast? Kümmere dich doch erstmal um deine eigenen Fehler, bevor du andere auf ihre hinweist.